Das Sommerfestival des Südwestrundfunks wurde mit einer Festmeile und Konzerten in Ingelheim gefeiert. Es gibt drei Bühnen und da ist was los. Also wir sind nicht unterweiten unterwegs, da sind Tausende unterwegs. Und was es da alles gibt, also wir legen jetzt nicht mal los. Ihr müsst jetzt nur mal zuhören und zuhören. Herzlichen Dank. Das war die zweite Mal in Ingelheim. Ich erinnere mich sehr gut, das erste Mal, drei Jahre vorhin, als wir die Eröffnung von unserem König. Brand-New-König Konzert. Erinnere dich? Wenn du eine Band startest, du folgst den Markt. Und Deutschland war der Markt für uns bei der Zeit. Also wir durften hier und hier kommen. Also wir sind halt von der Kaiserpfalz und wir haben einfach das Museum bei der Kaiserpfalz und einfach die Forschungsstelle Kaiserpfalz. Also wir machen mehr die wissenschaftliche Arbeit für den Museum. Wir machen ja Landesfernsehen. Und was wir machen, ist Landeskunde zu gucken, wie agieren die Leute. Wie sind die unterwegs. Und natürlich auch zu zeigen, wie ist das Wetter. Schöne Ecken zu zeigen. Das ist eigentlich unser Schwerpunkt. Wir haben jetzt hier dieses Bärlauchöl drin. Aber es sieht aus wie Lebensmittelfarbe. Ja, ja, das probier mal hier. Mach mal Haltfinger auf. Was? Probier mal so. Ein Tropfen reichen. So. Also da ist ganz schön viel Bärlauch drin. Also auf einen Liter würde ich mal... Und kein Knoblauch. Nee, kein Knoblauch, nur Bärlauch. Ja, ja. So. 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 Everybody on the wild side like, everybody in the play from the Dublin line. Ich finde, das ist klar, du wirst mir das Bett in den Waffen stellen. Nein, wie? In Ingelheim ist es! Klar, in Ingelheim ist es! Super! In Ingelheim ist es! So, wir fangen jetzt an zu tanzen und ich sage, wir geben sofort alles. Wenn ich sage, es geht los, tanzt herum, springt herum und greift, dreht alles, was geht. Eingespielt wäre das als erstes Sichten, dann noch zusammen mit dem Stefan Schneiden und dann danach für das ganze Außenspiel und beöffentlicht auf Instagram oder auf der Webseite. Ist der große Sass, ist der der Prinz. Donnersberg. Er hat recht, oder was? Hat er? Jawohl, super! Er hat recht. 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 Musik Musik